21. Dezember, gleich eine Minute Challenge. Auf die Plätze fertig, los! Okay, ich fange erstmal an mit solchen Strichen, denn Nussknacker haben bekanntlich solche Striche, weil sie aus Holz sind. Deswegen mache ich überall so kleine Striche und eigentlich wollte ich sie schön machen, aber ich glaube, ich habe keine Zeit mehr dafür. Deswegen mache ich es einfach ganz schnell. Dann haben Nussknacker ganz große Augen, deswegen male ich mir hier weiß, damit mein Auge erweitert ausseht. Und ich habe, glaube ich, richtig Zeitdruck. Wie viel haben wir? Ich meinte, wie viel Zeit ist noch? Noch 35 Sekunden. Scheiße, 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 dann haben Nussknacker hier sowas. Die haben auch Lippen, ja. Gehäbt das jetzt oben? Dann haben die hier solche Backen, weil die süß sind. Dann haben die hier noch sowas. So ungefähr. Mehr Streifen, mehr Streifen, scheiße, 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 mehr Streifen, mehr Streifen, mehr Streifen, mehr Streifen, mehr Streifen. Und die haben Lashes, die haben große Lashes. Wie viel Zeit habe ich noch? Zehn Sekunden. Nein, die Läsche kleben nicht. Ich lege sie einfach ab. Ich lege sie ab. Sechs, fünf. Fünf, vier, drei, zwei, eins. Fertig. Das ist mein Nussknacker-Look. Und ich lege sie ab. Untertitelung des ZDF, 2020